Einen wunderschönen guten Tag herzlich willkommen hier in Köln. Mein Name ist Oliver Bellasheim und ich zeige euch heute zusammen mit der Elby eine geile Boxkombination. Sie ist geil, weil es sind Haken drin, Mindbedingungen drin, eine schnelle Kombination, eine schnelle Abfolge. So ein bisschen jetzt an die Profis ausgerichtet. Ich zeige euch hier jetzt erstmal die Kamera nach vorne, dann üben wir die langsam zusammen und nachher nochmal schnell zusammen. Also wir gehen in die Kampfposition, Box, Führhand, Schlaghand, Haken zum Kopf, geht sofort runter in die Beine, dreht euch ein, springt aus den Beinen ein bisschen hoch, pumpt den Aufwärtshaken in den Körper rein und geht noch mit einem kleinen Schritt nach vorne. Von hier, 1, 2, 3, 1, 2. Nochmal, schön aus der Bedingung. Schauen wir uns gut, was man hat gehalten. Hältung? Ja, ne? Ja. Perfekt. So, wir gehen langsam. Also, linke gerade, rechte gerade feste, Haken direkt runter, Haken 1, gerade 2. Nochmal. 1, 2, 2, 1, 2. Vielleicht sind die Elbe nicht mehr. Let's go. renovate. 1, 2, 3, 1, 2. Nochmal. 1, 2, 3, 1, 2. Nochmal.ava. So, wie ihr gesehen habt, hier kann man richtig schön schnell ausführen, linke gerade, rechte gerade, Haken zum Kopf, runter in die Mandenbewegung, Haken in den Körperpumpen und gerade zum Dörfer. Zuhause üben und unbedingt beim Kämpfen Ausbildung würde ich sagen Tschüss, Tschüss, Tschüss.